Kids, das ist die Double Flip Challenge! Egal wie alt ihr seid, wie gut ihr vorn könnt, einfach Double Flips machen, überall! Schau, wo's wissen, was du gemacht hast! Hofft ihr auf, wir isst doch der Anlage! Und da ist es so, wie... Double Unnapping! Yo, schon erstmal für 81 Euro vollgetankt. Und damit begrüße ich euch zum Vlog. Wir sind mal wieder drei Stunden zu spät dran, weil der Mann verpennt hat. Willst du sagen, was du gestern gemacht hast? Ja, schon wieder... Wir sehen uns dann auf der Fahrt. Cactus for Friends. Jetzt seht ihr mal, was ich für ein guter Freund bin. Nein! Keine Sorge, das schmilzt nicht, das ist ja kein Eis. Das Event fängt um 12 Uhr an. Wir haben 12.17 Uhr und 14.47 Uhr sind wir dann dort. Das schaffen wir doch nicht. Also wir fahren hier ganz entspannt entlang. Plötzlich ist da einfach ein Digger Chor, Digger! Boah, Digger, das riecht richtig nach Sachsen. Ich bin mal wieder gespannt, wie viel ich heute vloggen werde und wie viel ich heute fahren werde. Wir fahren jetzt große Line. Genau. Und du fährst auch? Oder nicht? Oder doch? Nee. Kennt ihr den noch? Keine Sorge, wenn nicht? Das ist der Michi. Heute wieder. Wir beide auf dem Podium. So geht es bis weg. Nee. Ich fahr noch einmal durch. Das war gerade bis eine Sketch. Und dann schauen wir mal die ersten Drehungen. Ich bin happy. Für fünf Practice Runs war das okay, oder? 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 Sag mal wie du heißt und was das macht. Hallo, ich bin der Toni Winker und ich mache jetzt einen Mini-Flip. Maxi, hast du Bock auf eine Mini-Fronti? Nee. Kann man sich da hinlassen, oder? Wir gehen weiter. Warm-up letzten 10 Minuten. Wir haben hier mal wieder jemanden, den müsstet ihr vielleicht sogar kennen. Ich hab's ihm letztes Mal so viele Follower gegeben. Der hat jetzt mittlerweile 400.000 Follower. Ey, dankeschön. Digga, Maxi hat fünf Minuten Zeit. Unser letzten Practice Run platzt sein Hinterrad einfach. Nach fünf Minuten, Maxis Zeit, ein Problem ist. Geh fix. Danke, Pinker. Musik Gehehrt Wannie ist richtig angry! Gn-G- Richard G- nossas Gehehrt G- von Ellen G- G- Promos друзья Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr uns bei unserem Enduro-Rennen zugeschaut habt. Falls ihr noch mehr Cardio-Einheiten wollt, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Der Lukas ist bestimmt auch dabei. Und Michi? Ich mach Wheelies, ja. Guck. Alle nachmachen. Hallo, immer fleißig Vlogs gucken. Und den jungen Hermann aus dem Porten. Ich übersetzte es euch danach, er spricht sechstisch. Was geht jetzt los? Jetzt ist Best Trick. Drei Kipsen, Chupa Chups. Wir sind Team Ü25. Team Retired. Ich glaube, ich habe einen falschen Trend angefangen. Kids, das ist die Doubelflip-Challenge. Egal wie alt ihr seid, wie gut ihr vorne könnt, einfach Doubelflips machen. Überall. Double or nothing. Jo, Marik, welche Son-Studio benutzt du? Ja, ich wissen, wer da war wo ist. Halt! Die HW ist deine MWP. Hauke, 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 Hauke. Ich weiß, wer da war wo ist. Ich hab mich, Hauke, 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 Hauke. Ja, ich bin ein paar Wisse. Und in einem Maße-Pretz. Ich weiß, wer da war wo ist. Jungen macht der Selbe Zahn-Pretz, ich sie nur einmal mit Trist. Wie er auf dem Maße-Swift ist und wer da war wo ist. Ich weiß, wer da war wo ist. Pfff! Drei, zwei, eins. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Zwei Stunden Practice, zweiter Platz. Machen wir gerne wieder. Ab und sie machen uns gerade angeketzt. Du veröschst und dir deine Maße-Pretz. Ich weiß, wer da war wo ist. Immer noch der Selbe Zahn-Pretz, den du einmal mit Trist. Wie er gerade ein Hauses-Swift.